Als nächstes wollen wir uns den Formeleditor von LibreOffice mal angucken. Wir haben hier grundsätzlich drei Möglichkeiten Formeln einzufügen. Ich kann ein bisschen darüber diskutieren, ob das wirklich verschiedene Arten des Einfügens sind, aber ich will mal drei Varianten vorstellen. Und zwar können wir die einmal ganz einfach einfügen in einem sogenannten Rahmen. Das ist auch das erste, was ich mal eben tue. Und zwar kann man hier ganz simpel über Einfügen, Objekt, Formel, eine Formel einfügen. Wir sehen hier entsteht so ein kleiner Rahmen und das öffnet sich so ein bisschen eine andere Oberfläche. Und zwar ist das die Oberfläche von LibreOffice Math. Das ist eben der explizite Formeleditor. Den findet ihr übrigens auch, den kann man auch suchen. Wenn man hier nämlich mal nach Math sucht, gibt es das wirklich als separates Programm. Und das wird quasi gerade im Writer geöffnet. Was wir hier sehen ist im Prinzip eine Übersicht über diverse Funktionen, die es so gibt. Wenn man hier mal diese Klappkiste aufmacht und hier mal durchläuft, findet man eigentlich so ziemlich alles, was man sich erst mal vorstellen kann. Ganz lustig auch, hier gibt es Beispiele. Also man kann hier ganze Fertigformeln eintragen, wofür auch immer. Grundsätzlich finden wir hier Mengenoperationen, falls wir sie mal brauchen. Wir finden Funktionen, wobei die kann man auch einfach als Schrift hinschreiben und das ersetzt das gleichermaßen. Wir finden hier Operatoren, sowas wie Grenzwerte zum Beispiel, falls man sie mal braucht, Summen, Zeichen, Produkte und so weiter. Und wenn man hier mal so durchläuft, hat man hier eigentlich ziemlich viel zur Verfügung. Was ich persönlich aber viel netter finde, als sich hier Formeln zusammen zu klicken, ist die Variante einfach hier unten in dem Bereich Quelltext zu schreiben. Das ist so ein bisschen wie Programmieren und hier hat man die Möglichkeit, eben gewisse Sachen, die man sich sonst zusammenklicken müsste, einfach per Quelltext schneller zusammenzuschreiben. Wenn man ein bisschen Übungen damit hat, geht das meinem Empfinden nach erheblich viel schneller. Die Syntax bzw. die Befehlsnamen sind für Leute aus dem wissenschaftlichen Bereich eher gewöhnungsbedürftig, weil sie entsprechen nicht so dem, was man von LaTeX kennt. Dementsprechend müssen wir uns das mal angucken. Ich denke, so das Übliche, was wir gerne tun wollen, ist mal zum Beispiel sowas machen wie Multiplizieren. Ich nehme jetzt mal die typischen Elektrotechnikbeispiele. Wenn wir mal das Ohmsche Gesetz einfach in gewisser Hinsicht hinschreiben wollen, dann würde man es vielleicht mathematisch so hinschreiben, dass man hier keinen Malpunkt zwischensetzt. In Formeln gesetzt, finde ich, sieht das mal ein bisschen seltsam aus. Was wir erstmal sehen ist, standardmäßig werden offensichtlich die Zeichen kursiv gesetzt. Und das ist eine Default-Einstellung von LibreOffice, nämlich dass Variablen kursiv gesetzt werden. Das finde ich persönlich auch erstmal gar nicht schlimm. Das würde ich auch erstmal so lassen. Was wir auch sehen, das klebt hier alles relativ naheinander. Das werden wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen schöner machen. Wenn wir jetzt sowas machen wollen wie ein Malzeichen einfügen, ein Multiplikationspunkt, dann kennt LibreOffice zwar den Begriff Times, das ist die englische Version von Multiplizieren, macht aber entsprechend auch das englische bzw. angloamerikanische Zeichen für Multiplikation. Die machen dann nämlich so ein Kreuz hin. Das machen wir in Deutschland eher selten. Wir haben aber doch durchaus in der Bibliothek hier oben den Malpunkt, da können wir jetzt draufklicken. Der heißt dann C-Dot. Dot ist so Punkt und C soll wahrscheinlich Center heißen, dass der eben zentriert ist. Und wir sehen, daraufhin erzeugt ihr hier einen Malpunkt. Das Ganze können wir auch anders machen, wenn wir es uns eben zusammenklicken wollen. Dazu klicken wir hier auf diesen Multiplikationspunkt drauf und wir sehen, dass er hier automatisch das C-Dot einfügt. Das ist jetzt ein Kommando. Und wenn ihr jetzt solche Häkchen mit Fragezeichen davor und dahinter setzt, heißt das, dass man hier jetzt irgendwas hinschreiben soll. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sowas nochmal wie R mal I schreiben wollen, müssen wir das erste Häkchen mit Fragezeichen ersetzen gegen das R und das zweite ersetzen gegen das I. Und wir sehen, hier oben taucht es dann wieder auf. So ergibt die Formel natürlich jetzt herzlich wenig Sinn. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, wir schreiben die Formel nochmal hin, eben als U gleich R mal I. Jetzt stehen sie zweimal nebeneinander. Und wir können jetzt im Formeleditor auch sowas machen wie eine neue Zeile bauen. Die neue Zeile heißt New Line, wie der Name eigentlich schon sagt. Und wir sehen, er setzt das gleiche nochmal in eine neue Zeile. Interessant ist, dass wir hier mit New Line zwar den Befehl einfügen, aber wir müssen hier nicht in die nächste Zeile wechseln. Wenn wir es trotzdem machen wollen, können wir gerne Enter drücken und das passiert dann auch. Also so können wir hier auch mehrzeilig schreiben. Das kann manchmal übersichtlicher sein, auch wenn eigentlich alles hier in einer Zeile gesetzt wird, das trotzdem für sich irgendwie hier in mehreren Zeilen zu schreiben. Da ist man relativ frei. Okay, was vielleicht gerade auffällt, ist, dass ich hier Leerzeichen gesetzt habe. Das war eigentlich mehr so aus meinem Schreibfluss heraus. Das hatte gar keine syntaktische Bedeutung. Hier oben sind die Leerzeichen nicht vorhanden. Im gesetzten Text, ich gehe mal hier raus, wenn man irgendwo ins Dokument klickt, fliegt man aus dem Formeleditor raus. Im gesetzten Text sieht das Ganze gleich aus. Das heißt, Leerzeichen werden nicht immer übernommen. Die Leerzeichen werden aber in folgenden Situationen übernommen. Ich mache nochmal eine neue Zeile. Wenn ich jetzt so etwas mache, wie mehrere Buchstaben hintereinander zu setzen, machen wir mal ein Rest in Peace. Wenn ich jetzt hingehe und zwischen die Buchstaben Leerzeichen packe, werden sie einmal durchaus mitgenommen. Also wir können den Unterschied, glaube ich, sehen. Ohne Leerzeichen und mit Leerzeichen. Wenn wir hingegen hingehen und hier noch mehr Leerzeichen setzen, werden die nicht mehr mitgenommen. Das heißt, ein Leerzeichen zwischen Buchstaben nimmt er mit und will damit quasi unterscheiden, ob ich gerade die Variable RIP meine oder ob ich die Variable R, die Variable I und die Variable P meine. Deswegen nimmt er quasi ein Leerzeichen ohne weiteres mit. Mehrere Leerzeichen hingegen nicht. Die werden dann einfach ignoriert. Das ist, finde ich, eigentlich sehr entspannt und sehr schön gelöst. Denn manchmal macht man einfach mehrere Leerzeichen, will die aber gar nicht haben, will aber für die eigene Übersicht hier unten im Quelltext so ein bisschen Abstände erzeugen, die nicht angezeigt werden sollen. Also gerade für größere Formeln finde ich diese Art des Vorgehens gar nicht schlecht. Naja, so verhält es sich jedenfalls. Was brauchen wir noch? Mir persönlich gefällt es nicht, dass, liebe Office, die Operatoren relativ nah an die Buchstaben klatscht. Also wenn ich mir das hier oben beim Gleichheitszeichen mal angucke, finde ich persönlich, dass die Abstände um das Gleichheitszeichen herum ein bisschen gering sind. Und ich persönlich mag es lieber, wenn das Gleichheitszeichen so ein bisschen abgesetzt wird. Und hier haben wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Wir können nämlich Abstände einfügen. Es gibt große und kleine Abstände. Großer Abstand wäre zum Beispiel die Tilgung. Das Zeichen hier findet man mit Alt-Gr und da, wo Sternchen und Plus auf der Tastatur ist. Das ist ein sogenannter großer Abstand. Jetzt mal links und rechts nehmen wir das Gleichheitszeichen. Man merkt, es wird größer vom Abstand her und es gibt noch die Variante des Axens. Das ist dieser hier. Das ist ein kleiner Abstand. Den finde ich mit Shift neben Backspace. Also da merken wir, es sind auch Abstände entstanden. Die sind aber etwas kleiner. Nochmal unten im Vergleich die Formel ohne jeden Abstand. Auch wenn ich hier Leerzeichen hinpacke, die werden tatsächlich ignoriert um die Operatoren herum. So hat man die Möglichkeit, verschiedene große Abstände zu wählen. Ich persönlich finde die zweite Variante eigentlich am schicksten. Manchmal nehme ich auch bei großen Formeln die oberste Variante. So ganz ohne Abstand mache ich es persönlich eigentlich nie. Das sieht, finde ich, einfach nicht schön aus. Aber hier reden wir sicherlich auch über Geschmackssache. Das war erstmal die einfachste Variante, eine Formel einzufügen. Warum habe ich das Formel im Rahmen genannt, weil hier, wie man vielleicht auch erkennen kann, so ein Rahmen entsteht. Und dieser Rahmen hat tatsächlich eine eigene Formatvorlage hier. Wenn man hier wieder draufklickt auf dieses Objekt, was jetzt eine Formel ist, gibt es hierzu eine Rahmenvorlage, die Formel heißt originellerweise. Was man hier vielleicht erkennt, und das wird später noch relevant, ist, dass um diesen Rahmen herum gewisse Abstände gesetzt werden. Das heißt, die ist hier so ein bisschen eingeschoben, die Formel. Das ist in der Rahmenvorlage selbst nämlich definiert. Also wenn wir hier mal auf die Formel klicken, mit einem Rechtsklick und ändern, sehen wir, dass es hier Abstände gibt. Links und rechts werden jeweils 0,2 cm Abstand eingefügt. Man kann das mögen oder auch nicht. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen anwendungsspezifisch und Geschmackssache. Ich lasse sie jetzt mal stehen und wir gucken uns das später nochmal an. Wenn man in größeren Dokumenten unterwegs ist und da jetzt wirklich Formel um Formel hin klatscht, kann es schon mal sein, dass man Formeln ganz gerne nummerieren möchte. Das geht in LibreOffice witzigerweise sehr einfach und ist eigentlich auch ganz interessant, finde ich, gelöst. Das hat irgendwie was Schönes, wenn man sich einmal darauf eingestellt hat. Im ersten Moment wirkt das etwas komisch. Und zwar kann man folgendes tun. Man kann einen sogenannten vordefinierten Autotext dafür verwenden. Wenn ich folgenden Text eingebe, einfach nur ein F, ein N und danach F3 drücke, passiert folgendes. Es wird erstmal ein neuer Absatz erzeugt. Den muss man meistens dann wieder entfernen. Das ist ein bisschen seltsam. Dann entsteht hier ein großer Rahmen. Also eigentlich entsteht hier eine zweispaltige Tabelle. Das kann man, glaube ich, hier sehen. Es sagt auch Tabellespalte ändern. In diese Tabelle automatisch eingefügt wird so eine Blindformel, originellerweise Einstein. Warum auch immer, weil es wahrscheinlich die bekannteste Formel der Welt ist. Und hier hinten entsteht eine automatische Nummerierung. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Jetzt können wir hier mit einem Doppelklick in das Formelobjekt rein. Können hier wieder hinschreiben, was wir so wollen. Ich mache mal wieder unseren U gleich R mal I. Und haben jetzt eine nummerierte Formel. Das ist insofern ganz schön, als dass wir jetzt später mal irgendwo im Dokument gerne nochmal eine Formel einfügen können. Also ich sage mal weitere Formel. Das wäre jetzt Formel 2. Wenn ich das gleiche Spiel jetzt nochmal mache, wieder Fn mit F3 drücke, dann wird hier wieder so eine Tabelle erzeugt. Und wieder wird hier eine Nummer eingegeben und die ist jetzt automatisiert. Das ist eigentlich ganz nett. So können wir relativ entspannt Formeln durchnummerieren. Es sind zwar jetzt alles die gleichen, aber das soll uns an der Stelle jetzt mal nicht weiter interessieren. Das ist die Variante, wo wir eben nummerierte Formeln per Autotext einfügen und die werden in Tabellen gesetzt. Wir können jetzt hier auch so Sachen machen, wie hier diese Tabelle irgendwie verändern, größer, kleiner machen. Wir sehen auch, dass hier gewisse Abstände entstehen. Hier ist unterhalb der Formel ein gewisser Abstand. Das Ganze kann man durchaus editieren. Würde ich vielleicht ein separates Video zu machen, wie man diese Autotextvorlagen so anpasst, dass sie einem dann auch gefallen. Aber was wir hier sehen, ist eben eine Formel, die ist eher abgesetzt. Das heißt, die füllt quasi eine gesamte Zeile für sich genommen. Hier oben ist einfach so ein kleines Kästchen gefüllt. Das kann man jetzt auch wieder ziehen und layouten, wie man lustig ist. Hier füllen wir eine ganze Zeile mit einer nummerierten Formel. Die dritte Variante, eine Formel einzufügen, ist eine Formel in einen Quelltext, äh, Quatsch, in einen Quelltext, in einen normalen Text einzubetten. Das heißt, wir haben Fließtext und möchten mittendrin eine Formel haben. Dazu erzeuge ich mir jetzt übrigens eine der lustigsten Funktionen von LibreOffice meiner Meinung nach. Ich erzeuge mir jetzt mal einen Haufen Text, den gibt es nämlich auch vordefiniert. Falls man mal Blindtext braucht, um einfach mal zu sehen, wie eine Seite gefüllt aussieht, benutzt man auch einen Autotext. Der heißt Lorem. Der eine oder andere mag das kennen. Wenn man Lorem und F3 drückt, dann wird hier ein Pseudo-lateinischer Text eingefügt. Und das hier ist so ein Running Gag für alle Leute, die mal Dokumente schreiben und noch nicht wissen, was sie da reinschreiben sollen. Irgendwer, ich weiß gar nicht, wer es denn war, hat mal diesen Text, der irgendwie so ein bisschen lateinisch anmutet, formuliert. Der hat überhaupt keine Bedeutung. Der ist völlig sinnbefreit. Ist, glaube ich, auch nicht mehr echtes, nein, ist es definitiv kein echtes Latein. Und ja, den kann man immer mal nutzen, falls man irgendwie einen großen Textbaustein braucht, wo man jetzt irgendwas drin zeigen will. So wie ich jetzt gerade. Ja, jetzt haben wir diesen Text. Da könnte jetzt auch sowas stehen, wie das Ohmsche Gesetz lautet, wie folgt und so weiter. Und wir möchten jetzt vielleicht mal an irgendeiner Stelle in diesem Text eine Formel einfügen. Was ich jetzt tue, ist folgendes. Ich gehe genauso hin, wie im ersten Beispiel. Sag, einfügen, Objekt, Formel. Kriege hier auch meinen Rahmen, alles schön. Kann hier jetzt auch meinen Text inschreiben, u gleich einmal i. Und eigentlich ist das doch okay. Man sieht aber irgendwie, dass er so ein bisschen erstmal abgesetzt wirkt. Man kann, glaube ich, erkennen, dass hier irgendwie so relativ große Leerzeichen sind. Das liegt an folgendem. Wenn man mal reinzoomt, dann stellt man fest, dass ich hier Leerzeichen gesetzt habe. Oder beziehungsweise der Autotext hatte Leerzeichen gesetzt. Und zusätzlich zu diesen Leerzeichen kommt ja jetzt noch diese 0,2 cm vom Rahmen. Das hatte ich ja eben gezeigt. Wir haben hier diese Rahmenvorlage und in dieser Rahmenvorlage sind halt nochmal 0,2 cm Abstand definiert. Das sieht in Texten üblicherweise total bescheuert aus. Dementsprechend mache ich das eigentlich standardmäßig weg. Also gehe ich jetzt wirklich mal in diese Formelformatvorlage und sage, diese Abstände bitte zu 0 setzen. So, wenn wir jetzt auf okay klicken, stellen wir fest, dass der Abstand hier auf jeden Fall schon mal kleiner geworden ist. Das ist ja schon mal ganz schön. Wir merken aber glaube ich immer noch, dass hier links und rechts so innerhalb dieses Rahmens so Abstände noch definiert sind. Also das heißt, hier ist noch eine Lücke. Die können wir übrigens auch verändern. Das hat aber nichts mit der Rahmenvorlage selber zu tun, sondern diesen Abstand finden wir in Formeleditor. Und zwar etwas versteckt, also etwas sehr versteckt. Und zwar gibt es unter Format Abstände hier die Kategorie Ränder. Und in diesen Rändern sehen wir, dass links und rechts noch Ränder definiert sind. Die sind zwar nur 0,2 mm, aber das reicht schon, um im Text plus so ein bisschen eine komische Optik zu erzeugen. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal rausnehmen, dann merken wir, rutscht es nochmal ein Stückchen zusammen. Und die ganze Sache sieht noch ein bisschen besser aus. Also wenn wir auf der Ebene arbeiten, dann haben wir jetzt eigentlich einen vernünftigen Textsatz. Jetzt kriegen wir allerdings ein weiteres Problem. Und zwar immer dann, wenn wir Formeln haben, die jetzt in ihrer Höhe etwas variieren. Ich zeige das mal. Also wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, wir würden hier für den Widerstand gerne einen Index verwenden. Also wir wollen sowas schreiben wie Unterstrich 1, beziehungsweise Index 1. Und diesen Index erzeugt man eben im Formeleditor mit einem Unterstrich. Dann hängen wir da unten mal so eine kleine 1 dran. Und was wir jetzt merken, wenn wir mal rausgehen, ist, dass dieser Zeilenabstand hier ein bisschen größer geworden ist. Ich glaube, das kann man erkennen. Also hier passt so ungefähr ein Cursor rein. Hier passt deutlich mehr als ein Cursor rein. Das heißt, wir haben jetzt, ja, Zeilenabstände, die davon abhängen, wie groß die Formel ist. Das ist nicht schön. Und das nervt auch im Textfluss massiv. Da muss ich gestehen, dass die Möglichkeiten, die einem LibreOffice bieten, da nicht sonderlich, ja, finde ich, gut gemacht sind. Und das wird jetzt ein bisschen frickelig. Zur Problemerläuterung, also warum entsteht das überhaupt? Eine Formel, wenn man sie hier so einfügt, ist verankert als Zeichen. Das heißt, dieser Rahmen hier, der Formel, wird genauso gewertet wie jedes andere Zeichen auch. Und dieser Rahmen ist jetzt ein bisschen zu groß für die Zeile. Also er ist etwas größer als der eigentliche, ja, Buchstabenfluss, sage ich mal. Sowas ähnliches passiert auch, wenn ich jetzt mal in irgendeiner Zeile hingehe und einen Buchstaben einfach größer mache. Dann wird der Buchstabe größer, damit wird er stärker gewichtet, sage ich mal. Und dann entsteht hier eine zusätzliche Lücke. Das sind alles Dinge, die man natürlich nicht haben will. Es gibt leider in LibreOffice keine automatische Erkennung dessen. Also man kann nicht sagen, er erkennt doch mal, wie groß die Schrift drumherum ist und passt die Rahmen entsprechend an. Das funktioniert nicht. Man kann sich aber trotzdem helfen. Und zwar muss man jetzt einfach LibreOffice beibringen, dass er den Zeilenabstand immer gleich wählen soll. Das heißt, er soll den nicht davon abhängig machen, wie groß hier irgendein Zeichen mittendrin ist, sondern er soll den halt fest vorgeben. Und tatsächlich gibt es diese Vorgabe fest. Dazu müssen wir halt nur sagen, was das hier, oder wir müssen erst mal fragen, was ist das hier überhaupt für eine Absatzvorlage. Wir sehen, das ist Standard. Und wenn wir jetzt mal in die Standardabsatzvorlage reingucken, dann finden wir unter Einzüge und Abstände hier die Möglichkeit, den Zeilenabstand einzustellen. Wenn hier steht 1,15 zeilig oder was auch immer bei euch da jetzt gerade steht, dann heißt das, für die größte Buchstabengröße, die in der Zeile vorkommt, wähle ich einen Abstand, der ist 1,15 mal so groß. Klingt ein bisschen sperrig, aber das ist quasi eine relative Angabe zur Größe des größten Buchstabens in der Zeile. Also bezieht sich diese 1,15 jetzt gerade im Moment auf diese Formel in dieser Zeile. Bei den anderen auf die Buchstaben. Damit ändert sich so ein bisschen hier der Zeilenabstand. Stattdessen müssen wir jetzt hier ein Fest vorgeben. Das heißt, wir müssen hier sagen, Fest, so und so viele und dann sind es auch wirklich Zentimeter. Ich würde jetzt mal so etwas wie 0,7 vorschlagen oder sagen wir 0,8. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen größer, aber dafür sind jetzt alle gleich. Ja, man sieht, der Abstand ist gleich dem Abstand, ist gleich dem Abstand. Also das hat gut funktioniert. Hat jetzt natürlich den riesigen Nachteil, dass wenn ich jetzt nachträglich anfange, hier die Schriftgröße zu verändern, dass das zu sehr komischen Effekten führen kann. Also angenommen, ich würde jetzt hinterher mal hingehen und sagen, dieser ganze Text soll irgendwie in 16 gesetzt sein, dann wird der Text zwar größer, aber der Teilenabstand nicht. Ich finde das relativ unkritisch, weil man sich, glaube ich, meistens doch früh genug überlegt, welche Schriftgröße man ungefähr haben möchte und dann ist das nicht so schlimm. Trotzdem gestehe ich an der Stelle gerne zu, dass das eigentlich eine ziemliche Friemelei ist. Also wenn wir Formeln jetzt in Fließtext vernünftig setzen wollen, müssen wir echt ein paar Sachen erledigen. Vielleicht nochmal zusammengefasst, was mussten wir tun? Wir haben erstmal festgestellt, dass die Originalvorlage des Formelrahmens Abstände hat. Die mussten wir hier entfernen. Das war Schritt 1. Dann mussten wir hingehen und sagen, innerhalb der Formel sollen bitte auch keine Abstände zum Rand sein. Das sind hier diese Ränder. Auch die mussten wir auf 0 setzen. Und dann mussten wir noch zu guter Letzt hingehen und sagen, okay, in dieser Absatzvorlage selbst müssen wir jetzt dafür sorgen, dass jetzt der Zeilenabstand nicht davon abhängt, wie groß da irgendwelche Zeichen sind und fixieren den jetzt einfach mal auf 0,8. Also wenn man das jetzt alles allerdings durchgelaufen ist, dann funktioniert das eigentlich sehr gut, Formeln darzusetzen. Und das ist halt eine Sache, die machen wir quasi einmal und dann nicht mehr. Soviel zum Thema Formeln im normalen Text.